Ja, hallo Leute. Heute mal wieder mit einem Unboxing. Und zwar von MemoryKing.de. Ja, die waren so freundlich und haben mir jetzt hier ein paar Sahan-Fan-Reviews zur Verfügung gestellt. Ja, und ich würde sagen, fangen wir direkt mal an mit dem Unboxing. Ja, jetzt mache ich hier oben erstmal diese Tasche auf. Ich denke mal, da wird der Lieferschein an das Ganze drin sein. So. Hier also auch schon mal der Lieferschein. Ich denke, das ist jetzt nicht sehr interessant. Das lege ich mal zur Seite. Und dann reiße ich einfach hier mal diese Tasche noch komplett weg. So. Schnell ich das hier mal auf. Vielleicht das am besten. Vielleicht das mal hier. Und dann hier in der Mitte. So. Ist ziemlich gut zugeklebt hier. So. Gut. Dann ist das jetzt hier auch schon mal offen. Gut. Hier kommen erstmal ein paar Luftflasenfolien. Die Lieferschein erstmal weg. So. Und hier etwas von Reiko, wie ihr es schon seht. Also die Vakuum-Speaker steht hier auch nochmal drauf. Ja. Sind hier ziemlich schön eingepackt. Hier eine Visitenkarte. Oder ja, einfach eine kurze Anleitung von Reiko. Hier eine Tasche. Und ich denke mal, in der Tasche werden dann auch schon die Lautsprecher direkt drin sein. Ja. Wie ihr seht, ist hier drin. Hier ist glaube ich auch noch ein Kabel. Ja. Ist alles dabei. Natürlich gibt es so die Sachen, die ich euch jetzt hier auch zeige. Natürlich jeweils ein eigenes Review. So. Hier haben wir ein Logi-Link Dockstation, denke ich mal, für iPhone 3G, so wie es aussieht. Ja. Und mal schauen, was wir hier noch haben. Und hier haben wir noch ein Bumper-Service aussieht. Ja. Ein Bumper fürs iPhone 4G. Ja, das war es auch schon von dem Unboxing. Ich zeige euch nochmal die Sachen. Also hier den Bumper. Hier die Dockstation. Und hier eben die Reiko Vacom Speaker. Ja, das war es auch schon, wie gesagt, von diesem Unboxing. Natürlich kommen dann zu jedem einzelnen Produkt dann ein Review. Und ja, das war es auch schon. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.